Rot-Grüne Bilanz zwei Monate nach der Wahl. Höhere Belastungen, mehr Arbeitslosigkeit, die Stimmung schlecht. Alle warten auf Reformen. Was nun, Herr Schröder? Fragen an den Bundeskanzler von Nikolaus Brender und Thomas Behlud. Um 19.25 Uhr im ZDF. Achtelfinale im DFB-Pokal. Der Pokalknüller. Bayern München empfängt den Pokalverteidiger Schalke 04. Das Topspiel im DFB-Pokal. Um 19.55 Uhr in ZDF Sport Extra. Live.